ja hier ist wieder der Po mit seinem Let's Play von GTA Vice City wir haben ja gerade die Mission von dem Colonel und von dem Avery abgeschlossen und wollten nun die nächste Mission von Dias machen und ja wir fahren dann also mal direkt zu dem Dias hin und schauen was er denn jetzt so für eine Mission uns anzubieten hat und ja gut machen werden wir die eh so oder so aber dann mal gucken um was es sich dabei denn handelt volle Energie haben war das ist also auch schon mal ganz praktisch da fahren wir jetzt einen kaputten Wagen doch nicht blöd mann okay dann wollen wir den jetzt auf der Seite und dann fahren wir mal zu dem Dias hin was machen die denn warum fahren die denn so blöd so da fährt jetzt eine offene Türe hat er davon und dann schauen wir mal was wir denn dort noch so von dem kriegen mein Gott also der Weg zu dem hin ist glaube ich schlimmer als die Mission selber endlich können wir auf die Insel drauf und dann ist das ja nicht mehr ganz so weit weg nur noch hier rein und dann sind wir auch schon da so jetzt können wir auch mal hier direkt davor anhalten schauen wir mal hier die Waffe sieht doch schon mal ganz gut aus das schnellste Boot das ist so so please with yourself now huh ha 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 whoa watch where you're waving that thing no more pigeon shit I might cut hey tell me guess not ha 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 you're damn right now listen you know who owns the fastest boat on the east coast not offhand no me and I wanted to stay that way every smuggler from here to caraca has one dream a faster boat rumor has it the boatyard has just completed such a vessel for some costa rican dickheads and Tommy I want that boat okay wir sollen uns zur Bootswerft begeben und dann einfach das schnelle Boot klauen ja klingt doch schon mal sehr einfach wird es aber wahrscheinlich nicht sein ich denke mal jetzt ist es auch praktischer wenn wir hier lang fahren und dann schauen wir mal was uns denn dort so erwartet ich denke mal mit den neuen Schuss die wir da jetzt noch haben kommen wir nicht wirklich sehr weit aber wir fahren einfach erstmal dahin und warten ab so dann schauen wir mal auf der richtigen Straße sind wir ja schon mal bis jetzt ist ja auch noch nichts großartiges so da ne wir müssen hier noch rein so kann man nicht jetzt hier einfach reinlaufen wow 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 also ne die mögen es nicht so wirklich so da ist noch einer ja und jetzt haben wir den auch da ist noch einer und den dann auch noch und hier drin höre ich auch noch noch ein paar Leute suche den Schalter um das Boot abzusenken ja der wird dann wahrscheinlich einfach nur hier drin sein wo ist der denn so da noch den und kommen dann noch mehr sammeln wir jetzt ja auch nochmal hier schön die Munition ein und ich tippe da drauf dass die uns hier auch noch nix da ja die haben auf jeden Fall Hammer und Schraubendreher also Sachen die man nicht haben möchte ach so senkt man das Boot ab und jetzt soll ich in das Boot uiuiui ey 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 das ist das fies ich war nicht da drauf vorbereitet ey hallo steht der noch auf ich hoffe nicht so uh da sind ja doch noch ein paar mehr und wir haben wieder nicht so viel Energie ah hoffen wir mal dass das jetzt alles war aber das sieht doch schon mal ganz gut aus bringe das Boot zur Villa ja das dürfte ja kein Problem sein wir haben ja schließlich das schnellste Boot und da ist auch schon das die Villa an sich ich hoffe der hat da jetzt eine gute Anlaufmöglichkeit wa wunderbar das ist ja riesengroß so perfekt da haben wir ja mal eine ganze Stange Geld bekommen mit 4000 jetzt können wir auch mal hier die Villa ein bisschen begutachten schick ist sie auf jeden Fall auf jeden Fall kann man sich hier ja doch so einiges äh anschauen schön gemähter Rasen aber Energie wäre jetzt schon mal ganz praktisch ach Gott ein Labyrinth ja da schauen wir doch auch einmal rein also wirklich schwer okay doch es ist schwer man kann zumindest nicht einfach mal so eben hier so vielleicht ist hier auch irgendwas besonderes drin Tatsache ein Scharfschützengewehr einfach mal eingesammelt so weg mit dir und dann suchen wir mal ach verdammt kommt man denn jetzt hier raus so das ist mir egal jetzt gehe ich hier außen rum und dann schauen wir mal dass wir jetzt ein Herz finden weil so komplett ohne Energie das ist nur so eine Adrenalinpille die bringt uns nichts wir rennen einfach mal weg und dann laufen wir einfach mal hier so ein bisschen lang vielleicht findet man hier was dann schauen wir doch mal hier war doch glaube ich einer oder auch nicht naja gut auf jeden Fall der hat gute Bremsen auf jeden Fall ganz gute im Zweifel fahren wir dann halt mal zu dem anderen Teil hin aber hier hier ist nur eine Schaufel die Schaufel die bringt uns nichts vielleicht gibt es ja hier auch schon ein bisschen Energie können wir auch mal gucken was es denn hier überhaupt zu kaufen gibt Schraubenzieher einen Hammer vielleicht bei Baseballschläger und eine Machete naja interessiert mich jetzt gerade nicht so alles hier eher das Maschinengewehr das ist doch schon eine zuverlässige Waffe ja wir passen natürlich auf dein Auto auf kein Problem ne wir fahren jetzt einfach nochmal hier zu der zu dem Krankenhaus hin da weiß ich das da gibt es auf jeden Fall ein bisschen Energie und dann starten wir einfach mal die nächste Mission ist ja jetzt ein bisschen Zeit drauf gegangen nur weil wir Energie gesucht haben und das ist ja nicht ganz so tragisch so dann fahren wir mal wieder zurück theoretisch können wir uns jetzt auch schon auf den Weg machen mal eine neue Wohnung zu kaufen weil das ist ja jetzt auch so eine Neuerung in GTA Vice City dass man Wohnungen kaufen kann wo man dann halt speichern kann und so den ganzen Kram aber wir fahren jetzt erstmal wieder direkt zu dem nächsten oder zu Dias zurück und machen die nächste Mission wieso da sind wir auch schon ja perfekt schauen wir mal was der jetzt so zu bieten hat da oben war noch ne Energiepille Angebot und Nachfrage da oben war ja Okay, klingt relativ simpel. Wir müssen einfach nur das Päckchen einsammeln und dann schauen wir mal. Ja, wir müssen ja Gas geben. Stimmt. Warum sitzt man denn nur auf der anderen Seite? Erstmal den Start verpasst. Ganz schön, ganz klassisch. Müssen wir jetzt wirklich da lang? Ich bezweifle das ja irgendwie. Aber schauen wir mal. So, da sind wir doch schon mal ganz gut. War das jetzt auch das Erste, das eigentliche Gewinnerboat? Oder war das aber hier fies durch den kleinen Kanal durch? Ich hätte doch besser die offene See bevorzugen können. So, muss ich da jetzt noch irgendwas machen? Ach, jetzt darf ich hier schießen. So, dann schießen wir jetzt erstmal hier alles kurz und klein. So, noch irgendwo was? Erstmal nicht. Eieiei. Zustand Boot. Oh, sieht doch auf jeden Fall schon mal noch okay aus. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Ein Helikopter. What? Da sind Schützen auf dem Pier. Eieieiei. Ich lasse mich ja in Ruhe hier. Oh, jei, jei. Da vorne ist auf jeden Fall auch irgendwas. Boah, was haben wir uns denn für eine raue See hier ausgesucht? Ist ja schlimm. Ne, da ist nichts mehr hinter uns. Nur noch hier vor uns das. Boah, das ist ja mal sowas von übel am Schwanken. Ui, 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 ui. Jetzt, Aua. Ja, okay, man kann auch einfach drauf stehen bleiben. Tschüss, du hast keinen Fahrer mehr. Also, so gut sieht das Boot jetzt auch nicht mehr aus. Aber nun denn. Wow, ganze 10.000 haben wir für die Mission bekommen. Aber es ist doch schon mal sehr lukrativ hier. Trainingsanzug bei Jackpot ist jetzt, äh, Jacksports ist jetzt in Downtown erhältlich. Ja, super. Ich wollte immer schon einen Trainingsanzug hier im Spiel haben. Sehr schön. Und ich würde sagen, das Ganze speichern wir jetzt auch mal, weil so eine dicke Stange Geld, die möchte ich nicht verlieren. Heißt natürlich, dass wir jetzt erstmal wieder hier wild durch die Gegend fahren müssen. Und so wie ich das sehe, haben wir jetzt gar keinen großen Auftraggeber aktuell. Äh, ja. Sprich, wir müssen also erstmal noch auf den Handy anruf warten. Oder wir starten jetzt die... Oh, fast hätten wir uns überschlagen oder einen Unfall gebaut. Sehr gut. Über zwei Autos drüber. Und dafür nur 22 Dollar. Ah. Ein bisschen wenig, aber... Ist ja nicht so tragisch. Wir haben ja jetzt schon 26.000. Also doch schon ein bisschen was. Wenn wir jetzt hier noch die ganzen Nebenmissionen machen, dann kriegen wir auch noch eine... Ja, eine ordentliche Summe dazu. So, den parken wir erstmal hier. Und natürlich ein obligatorischer Handy-Anruf. Was für ein unnötiger Anruf. Nun denn, äh, ich würde sagen, wir gehen einfach mal speichern. Von da, sage ich mal, bis später. Der Pum.